Die LTE-Testmessungen zeigen lediglich, dass LTE und 4G in diesen Ortschaften bzw. Gemeinden verfügbar sind. Die erreichten Werte sind nicht die maximal erreichbaren Werte. Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.ltemesswagen.de und erkundigen Sie sich dort über einen Partner vor Ort. Die maximal erreichbaren Geschwindigkeiten sind von mehreren Faktoren abhängig, wie zum Beispiel Antennenausrichtung und der Höhe der Antennen, was wir bei unseren Testmessungen in der Regel nicht beachten können. Bestellen Sie doch einfach eine persönliche LTE-Messung bei Ihnen zu Hause. Wir kommen zu Ihnen und zeigen Ihnen, wie schnell und einfach alles sein kann. Eine weitere Messung in Sonnenbühl, Ortsteil Erpfingen, Landkreis Reutlingen. Auch hier ist LTE möglich. Ehe ich. Vielen Dank. So, jetzt rief es leer. Alle weiteren Informationen auf ltmesswagen.de So, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.